Bum, ba, bum, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bum, ba, bum, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Team Kirby Clash Deluxe mit einem neuen Passwort. Und zwar hat sich diesmal Kirby ein bisschen hübsch gemacht, weil das Passwort ein bisschen Kirby untypisch ist, weil er hat ja eigentlich keine Haare, gell? Und zwar handelt es heute um ein Passwort, das halt eigentlich mehr mit Mode zu tun hat oder halt mit, ja, mit Optik, sag ich mal. Na komm, lad mal schön hier, schön nach unten gehen. Und zwar handelt es sich diesmal um das Passwort Long Hair, also im Englischen und im Deutschen heißt es Lang Hage. Gucken wir mal, alles groß geschrieben natürlich wieder. Long Hair. So, alles klar. Und gibt natürlich wie immer schön fünf Äpfel und ein seltenes Fragment, was natürlich immer wieder schön ist. Das ist halt einmal im Monat passt das schon mal ganz gut, gell? Und wenn ich hier gerade mal dabei bin, ich habe es ganz vergessen hier, kann ich hier mal meinen Apfelbaum ernten, gell? Na komm, gib mal her. Mache ich normalerweise immer gleich vorher, aber irgendwie habe ich das jetzt hier ein bisschen verpeilt, aber gut. Das Passwort gibt es halt seit gestern und deswegen wollte ich das heute jetzt noch schnell machen, hier das Passwort. Und natürlich auch wieder, das Passwort ist halt nur einen Monat gültig, also bis zum 11. April geht dieses Passwort. Also einsammeln, bevor es zu spät ist, gell? Und dann, ja, dann hoffe ich, hat das Ganze wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Team Kirby Clash Deluxe neue Passwörter sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.